hey leute willkommen zur ersten folge minecraft mine war bevor das ganze losgeht möchte ich euch kurz sagen um was es in diesem projekt geht und zwar kennt ihr denke ich mal die meisten minecraft clash von paluten revinside und so weiter und ja das ist im prinzip so ähnlich beziehungsweise fast das gleiche bloß was anders ist dass man das nicht alle auf dem server sein müssen zum aufnehmen sondern man kann auch allein aufnehmen man darf aber nur vier stunden pro woche drauf und ja ich werde das ganze alles aufnehmen es gibt ein paar die nicht aufnehmen aber es gibt auch leute die aufnehmen ja da muss ich mich mehr erkundigen wie die alle heißen wer alles aufnimmt und dann tue ich euch auch noch mal später die channel names in die beschreibung da könnt ihr dort auf jeden fall noch vorbeischauen ja ist so wie das echte clash wir haben die map von clash 1 die ist ja eine internet map die haben wir die hat haben die projekte leite halt gedownloadet und haben halt dann ihre eigenen basis vom von den entsprechenden teams dahin gebaut also es gibt team blau team rot wir sind team blau zu dritt also es gibt immer drei teams zweimal drei halt und ja so viel dazu hoffst hat euch ja ich hoffe ich hoffe ihr habt so die regeln verstanden ja das gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen ich wünsche euch viel spaß ich will noch mal kurz dazu sagen dass wir erst ein bisschen durchgedreht waren waren bei der begrüßung und als wir dann in unsere eigenen channels ging dann waren wir halt so ein bisschen wir wussten nicht genau was abging und waren halt ein bisschen ruhiger und dann war ich hinterher auch zum schluss ein bisschen unsicher und kam ins stottern hoffe das findet ihr jetzt nicht so schlimm und ja dann viel spaß erst jetzt kommt das intro und dann geht es los ich habe hier für euch mit der folge mein wobei sind in diesem neuen projekt leer jonas schlägerei eher ein jonas schlägt man muss halt aus der jahre nur heil johann hier ein ganzes kompon ja ja bettliche wir zerstört japan japan projekt m anna m aber ich habe nicht das erklärt er macht du das das erfolge ich weiß ich nie was deswegen na und das toby erklären okay du mal erklärt aber ihr könnt das besser erklärt okay also bin ein uhr ist ein projekt von uns für euch dem uns gegenseitig bekämpfen in dem ort wie heißt der mod fb ziel bei den insgebild ich glaube ich habe alles gesagt der Rest wird in den einzelnen Gruppen gesagt mein Team das 2epic Zockerchen 01 Team geht dabei in den Channel ja ich drück mal Tab da sieht man wir sind Team ja okay dann würde ich sagen mein Team geht runter ja okay dann geht es runter bis gleich 20 Minuten okay ich dachte schon okay dann lass mal wir sind Team umficken okay ich habe meine ja wir sind die blauen ja wer fährt ich nicht ich sitze hinten ich sitze hinten Mg Jan muss dann reißen ist da überhaupt ist da überhaupt Fuel drin darf ich mal keine Ahnung wäre bitter wenn nicht warte ich steig mal auf wir haben gar keinen Tank ne für die Autos wir auch nicht richtig bitter und wer hat es gemacht eher so ja tut mal schnell rein warte mal ich schieb jetzt mal we will ja gib mal End ich fahre ja Jan schieb ich fahre also gib mir Kanister ne wir werden jetzt merken im nächsten Fall irgendwie mit der Maschine einen Abon gib nur ein wird's okay danke okay ciao bis nachher oder bis User left your Channel wie fällt man die auf ich steig mir die oh Gott nein das sind so viele egal passt schon hä ist jetzt drin ah ich kann ballern die fahren schon reingetan eigentlich mit ER füllt man raus ja ich kann könnte reintun theoretisch ja dann gib mal warte so Fuel da muss es rein ne ja ich habe es aufgefüllt gut gut okay ich kann nur sowas aber welche welche Richtung welche Richtung einfach geradeaus in die Richtung wo wir hinfahren ja warte da bin ich rausgehen soll sicher ja sicher ja sicher ein bisschen weiter links eigentlich oh Gott oh Gott oh Gott versuch mal ein bisschen durch die Räume zu manövieren ja wir könnten jetzt ein bisschen da oh hä ach einfach durch hä wie fährt man das Ding hä ich hab keine Kontrolle mehr ohne Spaß ich drück die ganze Zeit S es bringt nicht A A ach mein ich ja A A ohne Spaß es geht nicht es geht nicht ich drück alles A mach mal schön nein probier du ey geh mal hör mal auf hier jetzt hab ich Blindness ach äh Blindness äh rückwärtsgang lass abbauen ich hab noch einen Fuel so toll wir gehen eben kurz rüber ja ja Gott dieses Scheiß Wasser okay so jetzt stell ich mir auch direkt ab richtig auf kannst du reintun da lang ich hab dir erstmal ja gib mal jetzt werde ich das nicht droppen lassen ja zieh aus am Inventar ja ich hab mein ich hab mein Key anders gemacht er muss drücken er geht nicht bei mir soll ich machen oh Gott oh jetzt hast du es wieder oh hm komm ich bin rein ah oh oh ja jetzt bin ich nicht drin warte warte ich komm nicht rein ah jetzt ok mhm oh Gott oah wie das einfach raus hm 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 ich bin kalt fuck ich bewege einfach deine Maus gar nicht einfach gerade raus ich hab meine Base markiert also echt jetzt ich weiß wohl hin ja 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 dann hm 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 wir fahren jetzt mitten rein da da ist es ok haben wir er gebaut ok ja fürzuschlagen Hilfe was ist das für ne Treppe hab ich mir nicht mehr Platz ok tiere sind auch da ok Wie kann man Sachen markieren? Da markiere ich das auch direkt. Mit J glaub ich. Mit J kannst du die Karte, mit B kannst du... Ja, aber mit der Karte, wenn du die Karte hast, kannst du das auch markieren. Name, Name, Base, Standort, bla 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 speichern, okay, hab ich okay. Alter, ich hab keine Spitzhacken und so, also ich hab keine. Ja, müssen fahren gehen. Oh scheiße. Ich fahr mal, wenn es das bald sind, besorg schon mal ein paar Items. Ja, mach das mal. Stimmt, Spitzhacken wären eigentlich nützlich gewesen, egal. Das ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Soll ja auch einfach werden. Okay, hier ist noch das drin, okay. Ja, dann erstmal die Standardsachen farmen. Wo sollen wir am besten graben, in der Base oder außerhalb? Außerhalb eigentlich. Im normalen Bio. Okay. Am besten. Ja, stimmt. Falls... Ich hab extra schon mal so gemacht, dass wir genug Essen nachher haben. Ja, kannst dir aber mal die Base angucken. Jan und ich kenn die schon. Es ist nicht viel drin. Was ist das denn? Enderman? Äh. Wenn du rechtsklick drauf machst, pass auf, ne? Ja, hab ich gesehen. Auf keinen Fall beim Enderman. Habe ich sogar gemacht, aber... Oh, scheiß, ich hab Blaze gemacht. Ich... Aber... Aber... Aber ging nur ein paar Minuten. Ach, paar Sekunden. Das sind die Ohn... Die Ohn... Die Ohn... Er baut ja... Die Ohn... Schlafen. 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 Ja, das sind die Mob zu stark. Schlafen. Okay. Jetzt... Jetzt kommt's. Sie haben keine Betten. Ja. Ne, ich war da einmal drin. Ich glaub, die müssten Betten haben. Er ist aber auch bei uns schon mal drin. Der böse Bube. Okay, wollen wir schlafen gehen? Oha, ich seh nichts mehr. Mal gucken, ob die alle schlafen. Warte. Ich hab nichts mehr sehen. Die Hälfte hat drin. Das ist eigentlich Difficulty Hard, Jan. Äh... Das glaub ich gar nicht. Ich glaub, die ist auf normal. Ja, normal reicht eigentlich. Ah, hier ist auch schon das Biom. Da können wir hier ein bisschen graben gehen. Aber ich such... Oh. Ich vergesse mal, dass wir ein Sneaken wollen. Das ist... Leck ich gerade? Ein bisschen. Aber geht. Okay. Tue ich auch. Ja. Da kommen einfach so Paketen, wenn du ne... ...nen Erfolg hast. Hm. Ich brauche mal so Standardsachen. Wir werden hier alle Archiven jetzt mal machen. Ach klar. Okay. Jetzt nehm ich ja mit. Ich grabe einfach mal so ein bisschen random rein. Wir nehmen schon 10 Minuten auf, oha. Wow. Nicht ganz. Wir sind glaub ich ne Ticken später alles angefangen. Oh, hier ist direkt Marmor. Okay. Ich mach mir erstmal Steinsack hier. Oh, Steinsack hier. Ja. Ach, hier gibt's ja auch Holzrüstung. Ne, richtig lustig. Brauchen wir zwar nicht, aber voll lustig. Hm. Oh Gott. Ja, was ist ein Eisen erreicht jetzt drin? Oh Gott. Was, ich meinst du irgendwie... ...Hop, Kohle oder so? Fuck. Oh, ich hab so richtig Lust... ...ich hab so richtig Lust jetzt gleich anzugreifen. Jetzt so kurz. Weil da will ich nie mit rechnen. Ja. Aber das ist dann... ...schön sehr... ...risiko. Ja. Alter, das ist richtig. Ist richtig. Geil. Alter. Mhm. Boah, das ist ja alles so dunkel. Ich brauch am besten Kohle. Ich brauch auch Kohle. Wir sollten am besten irgendwo mal farmen, wo... ...keine Ahnung. Warte, ich mach mal Holzkohle. Vielleicht irgendwie ne Höhle oder so. Hm 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 hm. Was the fuck. Irgendwie hab ich jetzt noch vieles backen ein bisschen manchmal. Manche Sachen sind dunkler und manche heller. Wo habt ihr euch runtergebaut? Ich hab mich woanders runtergebaut. Ähm, ich hab mich jetzt ja einfach... Ich baue mich jetzt hier einfach nochmal da runter. Weil verschwinden die Blätter so schnell? So. Wo habt ihr euch runtergebaut, genau? Warte, ich hab Kohle gefunden. Ich hab mich einfach irgendwo in dem Biom da runtergebaut. So. Wenn ihr Tiere seht, könnt ihr euch töten. Wir haben ja eh eine Farm. Eben. Aber... ...bringt da nochmal extra. Hm. Erstens Erfahrung und Essen. Genau deswegen. Find's auch halt Leder. So, ich hab viel Kohle gefunden, das ist gut. Oh Gott. So, ich hab schon 21 Kohle. Geil. Ofen hab ich auch schon. Rein. Weh, kalt. Leicht. Wir spielen auf leicht. Leicht auf. Ja, die Mobs sind sowieso stark genug. Wer wir jetzt auf schwer spielen würden, würde das glaube ich mit One-Hit enden. Teilweise. Auch ganz easy. Auch mit One-Hit. Ja. Okay. Ich mach mal einen Ofen. Ich mach mal einen Ofen. Stein. Es könnte sein, dass man auch in dem anderen Biomus findet. Hier findet man diese anderen Erz wie Aluminium. Ist das nützlich? Hm. Ne, eigentlich nicht. Bis dahin, wir würden einen Hartkanister machen wollen. Es dauert aber noch sehr lange. Ja, okay. Ich mach mal aus. Nimm ruhig mit. Kriegen wir Erfahrung, wenn wir es brennen. Okay. Okay. Ey, hier müsste man auch Kohle und Eisen finden, oder? Ich weiß nicht. Oh. Auch müsste man eigentlich. Einfach mal mit. Da ist recht viel Aluminium. Wieder Erde. Sonst einfach mal fackeln. Okay. Eigentlich noch recht. Die sind die auch grad gar nicht. Ah, hier ist eine Mini-Höhle. Aber es ist einfach gar nichts außer als Sertus. Egal, nehm ich trotzdem mit. Okay. Brauchen wir Marmor? Ne, eigentlich nicht. Kann ich auch gar nicht abbauen. Ich brauche es zwar irgendwie trotzdem ab, aber... Trink nicht. Brauchen Eisen unbedingt. Ah, hier ist Eisen, nice. Okay. Wir nehmen jetzt schon 16 Minuten auf. Ich habe Eisen gefunden. Auch. Ich baue es noch ab und dann. Weil wir... Warte. Ich brauche Holz. Ich habe keine Spitzsacke mehr. Geil. Ich nehme noch Steine. Für Bünstigungen. Ja, ich habe keine Sticks. So. Dann baue ich das noch eben ab und dann. Müssen wir auch mal so langsam auf die Zeit gucken, weil wir nehmen jetzt schon fast 17 Minuten auf. Das ist gerade offen die Zeit. Nee. Räume sind da. Okay. Und habt ihr schon was gefunden? Ja, ich habe schon Eisen gefunden. Auch Aluminium. Außer... 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 Außer ein Haufen Stein nichts. Oh, scheiße. Ich bin in dieses Wasser reingefallen. Oh Mann. Dieses Wasser halt nervt, ne? Ja. Echt? Die Crafting... Die Crafting Table habe ich in meiner Höhle drin. Nee. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich mich runtergebaut habe, wäre es natürlich nützlich. Ah, da. Eisen. Okay. Nice. Dann haben wir eigentlich schon mal genug Eisen. Oder... Das Eisen nehme ich noch mit. Okay. Ja. Wenn ich jetzt schon 18 Minuten auf... Wollen wir mal gucken. Wegen Folgenende. Nein. Ja. Sonst wird das zu lang. Ich kann ja mal schreiben. Ich kann ja mal schreiben. Dann bräuchte ich das noch nicht. Okay. Ja. Ende. Ich brauche es noch eben ab. So. Okay. Seid ihr bereit... Seid ihr fertig mit euren Sachen? Mhm. Genau. Ja. Okay, dann. Ich hab schon mal verlassen, ne? Verlasst ihr auch? Ja. Okay, dann. Ja. Jetzt auch und dann. Okay. Ja, dann mach ich mal einfach die Abmoderation. Ich hoffe euch hat diese erste Folge gefallen. Es geht spannend weiter in der nächsten Folge. Ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao. Sprecher Jochenão.